Hier ist Mutterstadt, ganz neu wahrscheinlich. Mein Pfalzkraus. Na, gucken wir einfach mal rum hier. Sollen es raus schnell. Sollen es gleich mal hin? кров plats. Oh, jetzt die Kippe. Ah, Schifferstand ist auch da. Wir kommen ja jetzt zurück. Schifferstand da. Ja, immer ein bisschen reinsichtigen. Vielleicht kommt das hier längs. Das hat ich heute machen. Der F-T-Ringel eigentlich. Zuerst nochmal jetzt links. Rechts ist die Kirche. So, wir werden jetzt einfach umbringen. Nichts Besonderes eigentlich. Yeah. Und dagegen. Umdrehen. Das heißt, wir haben jetzt heute mal. Die Basenzugritte ist. Scheibenbar hat sie auch Seelentschlüssel gekriegt. Das geht auch bei der Busse. Der Buss. Und der Buss. So, dann fahren wir das erst mal hier links. Einmal hier. Okay, schön. Okay, schön. Okay. Alright. Okay. Okay. Okay.